Ja auch kein Spruch von Kandidatin kaum glauben, die seit Jahren größte Beleidigung. Als Zusatz-Dioka, der am häufigsten konsultiert wurde, steht Niklas Schell sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Bei seinem eigenen Einsatz in der 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär? agiert der Quiz-Profi weit weniger glücklich. Ein neuer Rekord? In nur 2,12 Sekunden beantwortet Wer wird Millionär? Kandidatin Niklas Schell zum Auftakt der 3-Millionen-Euro-Woche die Einstiegsfrage. Benennen Sie die Plätze 1 bis 4 in der Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga-Saison 2023 und 2024 der Männer. Die richtige Reihenfolge, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig. Moderator Günther Jauch ist erstaunt, normalerweise spielen die Leute Klavier, weil sie es nicht wissen, und dann sind sie so schnell dabei. Ein gutes Omen? Schell entgegnet souverän, ich hab das geübt zu Hause. Die Frage habe einfach gepasst. Wer wird Millionär? Kandidat verprasst Dioca. Schell, der als Ausbildungsberater beim Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn arbeitet, ist kein Unbekannter. Niemand stand so oft wie er als zu Arzt Dioca im Publikum zur Verfügung, natürlich gab er immer nur richtige Antworten. Der Remagener ist verheiratet und hat mittlerweile eine sechsmonatige Tochter, was Jauch nach einem glatten Durchmarsch bis zur 500-Euro-Grinse zum Scherzen veranlasst. Ihr Kind muss ja das reichste Neugeborene in Deutschland gewesen sein. Jauch fragt spaßeshalber nach der ersten kleinen Säuglingshandtasche. Der Kandidat bleibt seriös. Von seinen WWM-Gewinnen, 500 Euro gibt's pro richtigem Tipp, habe er sich einen Schrank gekauft, etwas an die Fluthilfe gespendet und auch Geld für einen Kinderwagen ausgegeben. Bei 1000 Euro verlässt Schell aber seine Intuition. Woher herrscht vielerorts ein munteres und dabei nicht immer legales Hin und Her? Er weiß es nicht, ob grüne Grenze, lila Linie, schwarze Schwelle oder roter Rand richtig ist. Am ehesten würde Schell auf den roten Rand tippen. Dank Publikums Dioca, 89%, entscheidet er sich für die grüne Grenze. Bei 2000 sind sie mit Sicherheit wieder in der Spur, baut ihn der Moderator auf. Jauch behält bis zur 8000 Euro Grenze recht. Danach verprasst Schell einen Dioca nach dem anderen. Wie viele Bundesligature erzielte Gerd Müller? So viel wie die Stunde Sekunden hat? Der Tag Minuten hat? Die Woche Stunden hat? Das Jahr Tage hat? Die Lösung erschließt sich Schell fast selbst. Ist er nicht Rekordschützenkönig? Fragt Jauch, welchen Dioca er denn nun verwenden könne. Ach, was soll's? Der Quizmoderator stichelt ein wenig. Wenn sie nicht zu faul zum Rechnen wären, würden sie es selber herauskriegen. Letztlich hätte er gar nicht rechnen müssen, denn es waren 365 Tore. Der Zusatz Dioca, ein jahrelanger Bayern München Finn aus der Schweiz, tippt richtig. Der Schweizer wird von seinem 500 Euro Gewinn nur einen Bruchteil bekommen, da er das Geld noch versteuern muss. Es hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, dass sie aufgestanden sind, frotzelt Jauch. Für Schell schon. Er kommt weiter. Er kommt weiter. Er kommt weiter. Er kommt weiter. Untertitelung des ZDF, 2020